Ich finde es schade, dass das Thema so aufgebaut wird, weil es ist eigentlich sehr einfach, finde ich. Man kann die Teamseite verstehen, weil wir fahren immer unter bestimmten Rahmenbedingungen, an die wir uns reiten müssen. Das hat sich nicht verändert, seit drei Jahren. Also klar, da verstehe ich schon, dass die das nicht gut finden. Gleichzeitig kann man auch, um das zu verstehen, wir sind keine Feinbauter, es geht um den WM-Tikel. Es geht nicht um den WM-Tikel oder so, es geht um den WM-Tikel und dann kann man schon verstehen, dass man dann auch mal in das Leben geht und einfach alles versuchen möchte, um das vielleicht auch noch zu schaffen.